Danke Dina, thank you very much. Our next speaker is Julie, she's a Brazilian-Colombian migrant. Yeah, sending solidarity to us. Thank you very much for being here. Ja, wie gesagt, ich bin eine transnationalen Latinamerikanerin und auf dieser Stelle mache ich diese kurze Rede. Und fange ich mit der Überraschung, dass ich einen dritten Juni gehabt habe, an dem ich mich auch über die Massaker in Khartoum im Sudan informiert habe und habe da auch das Wort Kolumbien gefunden. In der komischen Ausrede, dass die Militaren gegeben haben auf diese Massaker, sie haben gesagt, hätten Kolumbien in Khartoum gesucht. Das hat mich Besonderes betroffen. Da musste ich mich auch fragen, was bedeutet es eigentlich Kolumbien in Khartoum. Wissen wir natürlich, es ist eine absolute lächerliche Ausrede, um die Massaker tatsächlich zu konkretisieren. Aber mussten wir auch vielleicht aufdenken, was für Wahrheit dahinter sich versteckt. Und wenn man Kolumbien und Paramilitarismus in derselbe zusammenhängt, kommt man auf die grausame Idee, dass Paramilitarismus, Kolumbien, Gewalt, diese Art von Gewalt gegen Aktivistinnen ist auch eine Tatsache. Tatsache, das viele vielleicht nicht kennen, aber Kolumbien ist ein Land, das seit den 70er Jahren große Gewalt gegen Aktivistinnen, gegen Landleute, gegen Indigenen, gegen Afro-Kolumbianer und Kolumbianerinnen erlebt. Es hat mich auch noch an den Gedanken gemacht, wie in Kolumbien, wie in Sudan jetzt diese Regierung auch Elemente von dieser paramilitarischen Macht hat. Es ist auch so in Kolumbien und es ist auch so in Sudan. Also wir haben viele Gemeinsamkeiten und eigentlich, ja, Kolumbien ist in Sudan und Sudan ist in Kolumbien. Dann habe ich weitergedacht an ein Gespräch, das ich für ein paar Wochen habe, in einer von diesen Demonstrationen, von diesen sudanessischen Demonstrationen mit einem jungen Mann, haben wir zufällig miteinander gesprochen. Es war ein Brandenburger Tor und dann kam zwischen uns dieser Austausch über unsere Länder und kam das Wort Kolonialismus auf den Tisch. Und die Person, dieser junge Mann, hat mir gesagt, ey, hört auf, wir sprechen so viel über Kolonialismus. Wir sollten nicht mehr diese Ausrede benutzen, wo wir eigentlich verantwortlich für unsere Gegenwart sind. Und ich denke, nein, wir müssen doch über Kolonialismus sprechen. Wir müssen weiter, immer mehr über Kolonialismus sprechen und über die ganze Geschichte, die uns heute bringt, wo wir sind. Wir können nicht einfach ignorieren und sagen, wir sind von Null angefangen. Wir haben doch in Lateinamerika eine 5, 27 Jahre Geschichte mit Kolonialismus. Dieser Kolonialismus verbindet auch Lateinamerika und Afrika. Wir machen 400 Jahre Transport von Menschen durch den Atlantik. Es macht uns heute sehr verbundet und leider sehen das wir kaum. Wir sehen nur Stereotypen. Stereotypen, die sind manchmal auch mit dem Blick von Europa Hollywood-Filmen, aber nicht sehen uns wir nicht in den Augen. Und das ist, was mir fehlt, wenn wir über Solidarität sprechen, dass wir uns in vier Augen sehen können. Denke ich auch an Brasilien, ein Land, mit dem ich auch eine starke Verbindung habe, die gerade über eine sehr grausame Regierung, und auch eine absurde Situation, eine Art politischer Suizid, politischer, ja, es gibt kein anderes Wort, erlebt hat. Brasilien hat eine Zukunft gehabt. Brasilien war in einem bestimmten Weg, vielleicht mit vielen Fällen auch, aber haben wir erlebt, dass 22 Millionen Menschen von der Komplettarmut, von dem Komplettelend hausgenommen wurden. Und da fangen kleine Reparationen für die schwarze Bevölkerung auf, stattzufinden. Brasilien ist, vielleicht weißt ihr das nicht, der zweite große schwarze Bevölkerung auf der Welt nach Nigeria. Also, in Brasilien befindet sich die zweite große Bevölkerung auf der Welt und erlebt täglich viele, viele Rassismus. Okay, in diesem Land fangen kleine Reparationen stattzufinden, in den letzten progressiven, sagen wir ja nicht linken, progressiven Regierungen. Und heute sind wir wieder zurück an Null. Wir haben eine ultra-rechte Regierung, vielleicht habt ihr auch davon gehört, Mr. Bolsonaro, der vertrete internationale Interessen, der macht homophobische, sexistische, also misogene, hasistische Aussagen. Damit ermächtigt er viele Gewalt, viele Gewalt gegen Indigenen, viele Gewalt gegen schwarze Menschen. Und sprechen wir auch nochmal über Kolonialismus. Wir können es nicht vermeiden. Um diese Rede zum Ende zu bringen, möchte ich auf einen Satz, einen schönen Satz von dem bekannten Kämpfer Ernesto Che Guevara zitieren. Ich vermute, viele von euch kennt diese Figur. Che Guevara sagte, die Solidarität ist die Zertlichkeit der Volker. Und das klingt ganz schön, wenn wir suchen genau, was es bedeutet. Es klingt ganz schön, wenn wir denken, wie wären wir zertlich miteinander, Lateinamerikaner und Afrikaner, Menschen, die aus diesen Kontinenten kommen. Wie können wir unsere Ignoranz gegenüber einander zu kämpfen? Und wie schaffen wir Wärme, wie schaffen wir nebeneinander zu sein, von der Geschichte weiter, von der gemeinsamen Geschichte zu lernen? Wie schaffen wir diese Stereotypen, diese komischen Stereotypen aufzubauen? Also lasst uns zärtlich miteinander. Ich persönlich lerne viel von euch, Sudanesen und Sudanesinnen. Ich lerne und bedanke mich für die Chance, die ich habe, in euren Demonstrationen mitzuteilen. Ich lerne und bewundere mich von den Leuten in Sudan, die trotzdem nach dem Massaker wieder auf die Straße gegangen sind. Für die Mut, für die Frauen, insbesondere, so wie schon hier gesprochen wurde, diese unglaubliche Liebe, Macht, die sie zeigen, diese Präsenz, ist sehr inspirierend. Lasst uns bitte euch auch für uns inspirieren. Denkt an die Kämpferinnen, an die Menschen in Kolumbien, in Mexiko, in Honduras, die Mapuches, die Guaraníes, die Indigenen in Lateinamerika, denken an die Afro-Lateinamerikaner, bitte, und lernt mit den 500 Jahren, oder mehr als 500 Jahren, Widerstand, das in die Kontinente, in meinem Kontinent, die Menschen leisten. Dankeschön. Danke dir, liebe Gili. Danke. Danke.